Hallo und Grüße zu einem neuen kleinen Format hier auf Bildpunkt. Dieser schimpft sich Pixelrand. Wir spielen ein, zwei Spiele außerhalb unseres kleines Pixel-Universum und ich habe mir für die allererste Folge davon ausgesucht. Good Company ist derzeit noch im Public Test und dieser geht vom 10. März bis zum 16. glaube ich und ich wollte es euch gerne mal zeigen. Ich habe auch noch nicht reingeschaut, nur mal ganz kurz um zu sehen, ob es soweit alles funktioniert. Und Good Company, das ist sowas ähnliches wie Little Big Workshop, was wir hier schon auf dem Kanal hatten. Nur stellen wir jetzt Hightech-Produkte her und haben auch keine kleinen Zwerge, die uns da unterstützen. Wir fangen quasi so ein bisschen nach dem amerikanischen Traum an mit einem kleinen Start-up in der Garage und sind daran interessiert, immer weiter, immer größer zu werden und den Markt mit den neuesten, innovativsten Produkten zu beglücken, sage ich jetzt einfach mal so. Good Company ist jetzt noch in der Early Access Phase, soll am 31. März 2020 veröffentlicht werden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob dann Good Company released wird oder ob dann der Early Access für alle verfügbar ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Publisher und Publisher ist Irregular Corporation, ich kann es nicht aussprechen und Entwickler ist Jason Carrots und ich schlage vor, wir schauen einfach mal rein. Das Spiel kann man jetzt nur noch vorbestimmt für um die 20 Euro. Es gibt noch 10% Vorsteller Bonus und wird dann später auch in mehreren Sprachen unter anderem auch in Deutsch dann erscheinen. Und ich zeige es euch auch aus dem Grund, es hat kein NDA, sprich wir dürfen, alle die jetzt hier diesen Public Test bekommen haben, dürfen Material davon zeigen und das möchte ich dann gerne heute dann auch mit euch gemeinsam mir alles anschauen. So, ich habe wie gesagt schon mal kurz reingeschaut, wie wäre das jetzt mal ein vernünftigen Gründer zulegen. So, wir schauen Apex Development. Ne, das wollen wir nicht. Wie nennen wir dann das Ganze? Wir nennen das Pixel Corporation würde ich mal sagen. Ich habe es richtig geschrieben. Ich weiß es hat gesagt gar nicht. Dann suchen wir uns mal hier ein Symbol. Ein Logo quasi. Was gefällt mir denn? Wollen wir das hier vielleicht nehmen? Was kann ich hier einstellen? Irgendwie gar nix. Hier kann ich anscheinend dann schauen wir mal hier. Ich hätte gerne den Hintergrund geändert. Das gefällt mir. Und, wollen wir das so lassen? So, vielleicht. Lassen wir es so. Das sieht doch nett aus. Aber was hier passiert? Wer weiß. Man muss auch dazu sagen, Good Company ist ja auch noch in der Entwicklung. Oh. Das wäre natürlich toll, wenn das so wäre. Dann machen wir es mal anders. Wir nennen das mal. Wollen wir das so machen? Pixel Limited. Ich weiß nicht, was Limited für eine Geschäftsform ist. Ich sehe es bloß ab und zu mal. Ist es vielleicht so etwas ähnliches wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Die GmbH Limited? Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir sagen, wir lassen das jetzt so. So. Name. Rihanna. Etwas Miqua ist ja auch nicht schlecht. Wir nennen uns Miqua. So. Ich schaue jetzt mal. Ich hätte gerne ein Herrin. Kann ich den hier noch irgendwo auswählen. Ah, hier. Machen wir mal so. Kann ich dich drehen? Ja. Und nehme dich so. Ich hätte gerne noch eine Brille dazu. Kann ich die Haarfarbe auch noch ändern? Mal. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ja, warte. Ich weiß nicht. Das sieht so lustig aus. Es erinnert mich ein bisschen an den General von Kentucky Fried Chicken. Hier können wir die Haarfarbe ändern. Ich hätte gerne irgendwas. Blondes. 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 Ja. Kommt es hin. Aber der Bart gefällt mir irgendwie nicht. Ein Vollbart? Ich weiß ja nicht. Lassen wir ihn mal so. Wollen wir hier so ein Forscher-like oder Wissenschaftler-like so ein Kittel nehmen. Das wäre doch was. Lassen wir mal so. Lassen wir mal so. Brauchen wir Handschuhe? Anscheinend nicht. So. So. So vielleicht. So. So vielleicht. Aber man kann, kann ich selber richtig aussuchen. Vielleicht das so nahe nehmen. Wenn wir sein Kompagnon haben. Nämlich Sinno Bear. Das gefällt mir sogar. Dann machen wir es so. Da sind wir. Mika Pixel Limited. Wir spielen Kampagne. Und fangen eine neue Kampagne an. So. Nach vielen, vielen Jahren sind wir zurück in Good County. Stolze Heimat der Tinkerers und Tycoons. Was ist ein Tinkerer? Hm 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 hm. Keine Ahnung Tinkerer. So. Unsere Bürger, Mitbürger brauchen Arbeit. Irgendwann muss ich ihnen eine sonnige Zukunft bieten. Wir wurden angestellt von der Federal Bureau of Industries. Das klingt ein bisschen nach FBI. Um die lokale Wirtschaft wieder zurück auf die Spur zu bringen. Okay. Dann legen wir mal los. Ich stopp hier. So. Da sind wir. Und das ist denke ich mal auch hier die Dame, die uns ein bisschen einleiten wird. So. Da sind wir. Können wir uns drehen. Aber wir steuern mit der Maus ihn. Also uns. Wenn ich hier überall hin klicke. So. Es ist meine Freude sie kennenzulernen. Nein. Ich bin Carrie Goldfield. Geschäftskonsultant. Konsultant. Ja. Es ist schön sie wieder zurück zu haben. Hier in Good County. Okay. Ja. Zum Beispiel die Lokaler Wirtschaft ist. Wir hoffentlich können das ändern. Dort kann ich mache. Wenn wir normal ausschalten. Im Alter jetzt woher nicht besser kommen. Korinchen kann es uns weiter kommen. nachschauen so fangen wir mal eine gute eine gute firma zu betreiben benötigt von vielen faktoren ab so haben wir mit den basics an so wenn wir etwas kreieren wollen oder kräfteln wollen wir immer müssen das hier ablegen so wenn wir nichts da haben dann können wir was bestellen hier in der incoming zone ok dann machen wir das mal so wie sollen batterien herstellen dafür brauchen für chemikalien ok so die chemikalien zur zinkertabel ist es hier zinkertabel ok wir sollen sie nehmen also rein hier in unseren so und jetzt mache ich das hier rauf oder ok ok haben wir gemacht wir sollen zwei batterien herstellen das bestimmt hier oder ja start kräfteln ok jetzt legen wir los ok dauert einen moment so da haben wir es meilenstein erreicht ok so kannst du die neue zone sehen ja die haben wir hier so jeden montag morgen kommt ein tag und nimmt das mit was wir hier hingelegt haben und verkauft es dann für uns ok so machen wir uns ein bisschen geld machen unser nächstes ziel ist es zwei batterien hier herzulegen um die dann zu verkaufen dann machen wir das mal stimmt hier rein oder ja ok so sehr gut das rezept oder ja die blueprints besser für simple rahmen ist jetzt verfügbar hier können switch ok ok und wir sollen jetzt zwei so einen rahmen herstellen dafür müssen wir gucken was wir dann brauchen wir so einen rahmen brauchen wir brauchen wir brauchen wir jetzt plastik brauchen wir zehn stück davon für so einen rahmen und gucken wir uns erstmal hier bestellen einmal das brauchen wir jetzt nicht mehr ohne weit machen aber wir haben noch 40 da so müsste dann gleich kommen wenn wir das jetzt wieder hier ablegen ja und da war es doch gerade hier so so und jetzt müssen wir die hier nehmen so ach so und das muss hier drinnen bleiben ok stellen wir mal das her so dauert wieder einen moment so da haben wir es mal schon erreicht so gut gemacht so jetzt kommen andere sachen so jetzt geht es darum dass wir arbeiter einstellen die aufgaben zuweisen jetzt sollen wir zum logistikmodus zurück warte wir machen erst mal die ganzen sachen wieder hier rein aber das nicht so wir sehen jetzt zum logistikmodus so da können wir auswählen welche materiale und wo wir sie dann verarbeiten und dann wieder lagern ok dann gehen wir jetzt ok dann müssen wir jetzt hier so nicht stopp äh nicht so hier oder geht aber nicht oder muss stopp oder muss hier wir haben doch jetzt hier mal sehen wir mal gucken vielleicht geht es dann reserviert für logistik ok vielleicht geht es dann jetzt mal warten bis es da ist jetzt erst einmal hier so ein zeichen gucken wir nochmal jetzt oder das ah ok jetzt ist es da und jetzt hier hin oder ok jetzt auch nicht ach so ach so ist auswählen jetzt ok so und so ok jetzt haben wir es so ist immer noch ein arbeiter einstellen die haben wir bestimmt hier ja so ok wir nehmen wir denn wir nehmen wir denn so wie wärs wie heißt der denn juli katsarus belli komm wir nehmen die belli aber jetzt mal random so sie müssen wir jetzt noch ein arbeiter zuweisen bestimmt hier so arbeitest du jetzt sieht so aus ok jetzt nimmst du nämlich hier und macht sehr schön so jetzt dürfen wir uns boss nennen oder chef ne so und sie stellt jetzt für uns die zwei module jetzt hierher diese case tinger ok und die werden automatisch also wir haben es jetzt so gemacht sie holt hier das plastik verarbeitet das dies hier zu diesen rahmen und bringt sie dann hier her so wollen wir unsere produktion erhöhen erweitern da haben wir noch ein bisschen platz hier wir sollen unser construction panel checken so kostet uns geld aber wir sollen eins bauen da brauchen wir mal eins können wir das drehen mit R vielleicht ja können wir ok 2 sollen wir ok machen wir das so weiter gehts so das rezept für leds ist nun verfügbar ok leds led airway ok in der leitung sehe ich nochmal dann brauchen wir elektronische teile gut dann bestellen wir die mal so ich denke den rest wissen wir aber nicht ah ne doch wir müssen weil die sind dann nämlich für die logist ok weil es wird ja immer mehr hier können wir das irgendwie nicht weil wir bezahlen ja dafür immer weil es kommt jetzt wieder was an oder ne doch ich habe keine ahnung entschuldigung da ich mich glatt verschluckt jetzt nehmen wir erstmal die die teile hier wo sind sie so und stellen jetzt damit diese dinge haben wir brauchen wir dann 2 ok start kraft und warum arbeitest du jetzt nicht mehr ok warum stellst du es nicht weiter her wenn wir dann ordentlich noch rauskriegen warum so das haben wir schon mal so klar wir sind bereit für den richtigen deal assembly products zusammenstellen von produkten denke ich mal ist das dafür müssen brauchen wir einen neuen tisch für 2000 oh 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 ich werde immer hier hin so wir sollen den taschenrechner haben wir eingestellt so so da sollen wir gucken dass wir jetzt alles hier herstellen was wir brauchen single batterien dann den einfachen rahmen und die ld also machen wir hier die batterie so 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 und dann denkst du dass wir keine zwei tische miteinander verbinden können ah ok wir können aber hier so ein small so kleines regal hinstellen machen wir mal und jetzt denke ich mal weil das was wir hier herstellen in diesem case hier soll ja nicht nur den verkauf können den brauchen wir ja für unseren taschenrechner dass wir bestimmt jetzt hier sagen können ich würde gerne mit der kann ich irgendwie jetzt noch mit der maus verschieben ich sehe ja hier gar nichts okay das haben wir jetzt haben wir es auch verbunden miteinander so wie es aussieht oder ja haben wir so so dann das noch miteinander und das noch miteinander und so lang oder ok das scheint geklappt zu haben was mich ein bisschen stört dass wir mit der maus nicht uns frei bewegen können von der kamerasicht her und warum du gute dame jetzt also keine cases mehr herstellst obwohl also was haben wir jetzt alles zwei batterien zwei ld sind die zwei cases bräuchten jetzt sind noch batterien wollen wir noch jemanden einstellen ich finde das sieht doch wie so ein tutorial hier dann machen wir das einfach mal genau den kelvin so kelvin du gehst jetzt mal hier her hast aber batterien ok das funktioniert so jetzt geht es wieder ah ok jetzt macht es auch wieder sehr gut ok das ist ein bisschen umständlich ehrlich gesagt geht auch bestimmt einfacher so sie macht jetzt sieht wieder die die rahmen er macht die batterien zwei leds haben wir schon die sollten aber hier hingehen gute frau ich war meinerseits eingestellt ok wir beobachten nochmal was sie jetzt macht ok dann müssen wir nochmal ja das soll doch hier gehen denn wenn wir kann ich das hier wegnehmen so ja hier soll es hingehen gucken ob sie es jetzt macht beobachten mal müssen hier herangehen ich habe dich genau im blick hier was du hier treibst jetzt macht es das ok wir stellen die batterien jetzt noch schnell her stopp dafür brauchen wir ach die batterie macht es ja selber ich dachte gerade dann können wir jetzt einen kalkulator herstellen wir brauchen dafür müssen wir das alles hier im Dings haben das heißt wir müssen uns zwei batterien holen los gehts ja man sieht die steuerung ist ehrlich gesagt ein bisschen noch gewöhnungsbedürftig jetzt haben wir zwei taschenrechner was jetzt noch ach ne eine sommer verkaufen ok naja jetzt haben wir zwei verkauft oder hergestellt naja so jetzt wirst du nur noch ach jetzt haben wir es geschafft ok oh danke bisschen laut vielleicht aber so jetzt haben wir es ja geschafft und das war es oder die anderen kommen später dann erst Entschuldigung gut da haben wir ja schon die erste Kampagne geschafft die anderen beiden Ziele sind dann in der Early Access Phase freigeschaltet also ich denke mal der 31. März wird dann wirklich der Release Early Access Fassung sein gut in der nächsten Folge schauen wir uns mal Shardys Comeback an das soll es für die heutige für die erste Folge erst mal gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen und würde mich freuen wenn wir uns dann in der zweiten Folge wiedersehen wie lange wir es spielen werden weiß ich nicht ehrlich gesagt keine Ahnung ob es jetzt 1, 2, 3 Folgen wären oder 4, 5 auf nur noch mal schauen weil ich kann nur bis zum 16. Spielen bis dahin ist das Spiel jetzt freigegeben und danach ist es wieder off kann man so sagen und naja schauen wir mal also ich habe euch gefallen würde mich freuen wollen wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen ein paar Shardys Comeback werde ich gleich im Anschluss aufnehmen und ja mir bleibt nichts anderes mal zu sagen als lasst euch gut gehen macht das Beste aus eurer Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder was gehört Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal